Die Backfastener Group ist ein 1904 gegründetes Familienunternehmen, das seit über 80 Jahren eine der weltweit führenden Firmen in der Befestigungstechnologie ist. Backfastener ist ein Produktionsbetrieb im 21. Jahrhundert auf der Suche nach dynamischen, motivierten jungen Menschen, die Interesse an einer anspruchsvollen technischen Ausbildung haben. Bei der Ausschau nach neuen Lehrlingen achte ich auf ein offenes freundliches Wesen, die sollen gut ins Kollegenteam passen. Das Zeugnis muss passen, ist aber nicht erstrangig, weil sie sind ja bei uns in der Lehrzeit und kriegen alles gezeigt, was zum Wissen ist. Aber sie müssen einfach gut ins Team passen und gerne bei uns da sein. In unserer Abteilung als Maschinenbau ist das dasselbe, nur kommt dazu praktisch ein bisschen ein technisches Verständnis und Einsatzbereitschaft und Interesse ein praktisch das Lehrzeug zu erreichen. Am Lehrberuf Metalltechniker gefällt mir das, dass man vielmehrlichkeiten hat, nicht nur fräsen, sondern auch drehen und schleifen und zum Beispiel auch die Wartung von Teilen, weil man wissen muss, wie man bei einem bestimmten Material vorgeht. Mit einer Lehre bei der BEG Fastener Group kannst du den ersten Schritt in deine aufregende Zukunft machen. Mit viel Geschick und Fleiß kannst du bei BEG deine individuelle Karriere starten. Was erwartet man jetzt da, wenn ich mit der Lehre fertig bin und zu der Konstruktion aufwechseln möchte und das machen möchte? Ja, also bei uns in der Konstruktion herum ist das eigentlich sehr vielfältig. Wir betreiben ja darum den klassischen Maschinenbau. Also du kannst da deine ganzen Ideen selber alle einbringen und das ist natürlich ein großer Vorteil, wenn man vorher schon Schlosser gelernt hat, weil man natürlich weiß, wie man auch die ganzen Teile herstellen kann. Bei BEG Fastener gibt es nicht nur im technischen Bereich Lehrplätze, auch im kaufmännischen Bereich wird eine solide Ausbildung geboten. Also ich bin jetzt im dritten Lehrjahr und ich darf in voll viel Abteilungen schon mitarbeiten. Ich habe schon viel gesehen. Am besten gefällt mir Marketing und Einkauf und überall darf ich halt auch die Tätigkeiten schon mitmachen. Man kriegt halt einen guten Einblick. Ein zusätzlicher Ansporn zum Lernen ist dann natürlich auch noch die Förderung, was man kriegt für einen ausgezeichneten Erfolg oder die bestandene Lehrabschlussprüfung. Und auch, dass es um das geht, dass man nicht nur hauptsächlich immer nur arbeitet, sondern auch, dass man sich untereinander auch versteht, wo dann die Lehrlingsausflüge auch mit dabei sind, dass man den ganzen Druck kennenlernt, dass man sich so kennt und gut versteht, wo dann auch immer viel Gaudi mit dabei ist mit den Lehrlingsausflüten. Nähere Informationen gibt es unter www.beck-fastener.com 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 www.beck-fastener.com